Nimm dir Zeit für dich, wenn du diese Einschlafhypnose hörst. Höre die Hypnose, wenn du die Möglichkeit zum Liegen hast. Denn du wirst wahrscheinlich während der Meditation einschlafen. Das heißt auch, dass du die Einschlafhypnose nicht während dem Autofahren oder Betätigen einer Maschine hören solltest. Mach es dir in einem Bett oder auf dem Sofa bequem und lass es dir gut gehen. Nimm dir die Zeit für dich. Du hast es dir verdient, dich in Ruhe zu entspannen. Die Meditation ist wirkungsvoller, wenn du Kopfhörer verwendest. Diesen Satz hörst du nun am linken Ohr. Diesen Satz hörst du am rechten Ohr. Eine Hypnose ist ein effektiver und einfacher Weg, dein seelisches und körperliches Wohlbefinden zu steigern. Viele wissenschaftliche Studien belegen, dass durch regelmäßige Meditation und Hypnose Heilungsprozesse im Körper beschleunigt werden und der Mensch leistungsfähiger, selbstbewusster, ausgeglichener, ruhiger und glücklicher wird. Auch der Schlaf wird besser und tiefer, sodass du morgen erholt und gestärkt aufwachen wirst, ganz egal wie viele Stunden du geschlafen hast. Am Abend vor dem Schlafen gehen können wir unserem Inneren noch einige schöne Bilder und Gedanken mitgeben, sodass es im Schlaf heute Nacht weiter träumen und genießen kann. Mach es dir jetzt so richtig bequem und kuschelig. Spüre deinen Körper hier liegen. Nimm die Musik und meine Stimme wahr und die Geräusche um dich herum werden leiser und leiser. Nimm deinen Körper jetzt noch mehr wahr. Spüre, wie sich deine Arme anfühlen. Spüre deine Schultern, deinen Oberkörper, deinen Bauch, dein Becken, deine Beine, angenehm und entspannt. Schicke eine Welle der Entspannung durch deinen Körper. Schließe deine Augen und atme einmal tief ein und aus. Und noch einmal tief ein und aus. Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und entspannter. Fühle, wie alle Anspannung von dir abfällt und du immer mehr und mehr entspannst. Du kannst dich jetzt schon leicht entspannt und geborgen fühlen. Dein wunderbarer Körper hat dich heute durch den Tag gebracht. Er hat heute wieder vieles erreicht und hat jetzt eine angenehme, erholsame Ruhepause verdient. Du hast es verdient, dir einen Moment der Selbstliebe zu gönnen. Spüre deinen Körper jetzt und sag ihm leise Danke. Danke Körper, dass du für mich da bist und mich jeden Tag durch mein Leben trägst. Jede Zelle in deinem Körper freut sich und dein Körper entspannt und erholt. Fühle eine Welle der Geborgenheit und der Dankbarkeit durch deinen Körper laufen. Spüre deine Füße, die dich durch den Tag getragen haben. Spüre die Entspannung in den Zehen und in den Füßen. Spüre die tiefe Entspannung nun in deinen Beinen. Spüre die Unterlage, auf der sie liegen. Spüre deinen Rücken. Atme tief dort hinein, bis alle Anspannung von ihm abfällt. Gehe nun zu deinem Bauch. Entspanne alle Muskeln hier im Bauch und spüre diese tiefe Erholung auch hier. Spüre nun deinen Herzschlag, das Herz, das die Quelle deiner Liebe ist. Und entspanne deinen Nacken und deinen Kopf. Danke, mein wundervoller Körper. Ich liebe dich. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Danke, mein wunderbarer Körper. Ich liebe dich. Du bist mein Zuhause. Ich liebe mich, so wie ich bin. Bitte vergib mir, dass ich in der Vergangenheit nicht immer gut auf dich aufgepasst habe und nicht immer gut zu dir war. Ich verspreche dir, ich achte Ehre und liebe dich ab jetzt und für alle Zeiten. Denn ich liebe mich. Ich liebe mich, so wie ich bin. Wiederhole es für dich in den nächsten paar Minuten. Ich liebe mich. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich sage dir dann, wenn die Zeit um ist. Ich liebe mich. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe mich. Ich liebe mich, so wie ich bin. 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 Spüre, wie deine Liebe zu dir von Moment zu Moment mehr wird. Sie wächst wie eine wunderschöne blühende Pflanze und du näherst sie mit deinen liebevollen Gedanken. Diese Liebe bringt dir Heilung, sie bringt dir Leichtigkeit, sie bringt dir Gesundheit, Schönheit, Kraft, Ausstrahlung, Gelassenheit. Ich liebe mich, so wie ich bin und jeden Tag mehr. Spreche sanft und liebevoll, ich liebe mich, ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe mich, ich liebe mich, so wie ich bin. Erinnere dich jetzt an einen Moment in deinem Leben, in dem du das Gefühl hattest, geliebt zu werden. Wie fühlt sich diese Liebe an? Ich liebe mich. Spüre nun dein Herz schlagen. Spüre in dein Herzzentrum hinein. Spüre die Liebe, die dort fließt, wie ein warmes, weiß-goldernes Licht. Spüre, wie diese unendliche Quelle der Liebe überquillt, wie dieses Licht deinen Körper durchflutet. Du fühlst dich wohl, geborgen und geliebt. Ich liebe mich, ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe mich, ich liebe mich, so wie ich bin. Spüre die Liebe in dir. Was für ein wunderbares Gefühl. Ein Mensch, der voller Liebe ist, strahlt das auch aus. Man sieht es ihm an und spürt es. Man sieht es an deinem Lächeln, dein sanftes, weiches Lächeln, das jeder Mensch hat, der mit sich im Einklang ist. Man sieht es an deinen Augen, ich. Die Augen eines liebenden Menschen, sie strahlen und funkeln ganz besonders. Der liebende Mensch sieht fast so aus, als wäre er in weiß-goldernes Licht gehüllt. Nicht wahr? Dieser Mensch strahlt. Wenn du so strahlst und diesen liebevollen Blick hast, dann tauchst du damit deine Welt in ein neues Licht. Du bist offen und wertschätzend. Du bist liebevoll und frei. Ich liebe mich. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe mich, ich liebe mich. Spüre nun diese Liebe noch einmal in dir. Spüre sie im ganzen Körper. Spüre, wie die Liebe, wie ein weiß-goldernes Licht, durch deinen Kopf, durch deinen ganzen Körper fließt. Vom Kopf bis in die Zehenspitzen, das Herz erfüllen. Liebe, Liebe ist überall in dir. In der Gegend deines Herzens ist das Zentrum des Lichts. Strahlend hell, weiß-goldernes Licht. Unendlich viel davon strahlt es deinem Herzen aus. Nun möchte ich, dass du in Gedanken zu einem Spiegel gehst. Und noch bevor du dieses wunderbare Wesen dort im Spiegel erblickst, dieses liebevolle, warmherzige, wunderbare Geschöpf, spüre, wie sich dein Gesicht verändert und zum Gesicht eines Liebenden wird. Spüre, wie deine Lippen sich zu einem liebevollen Lächeln formen. Und bemerke, wie du den Blick der Liebe bekommst. Und du blickst voller Liebe in den Spiegel und siehst dich selbst in deinem wunderbaren Körper. Erlebe, wie du dich durch die Liebe, die du dir schenkst, veränderst. Wie du beginnst aufzublühen und zu strahlen. Deine Energie wird stärker und dein ganzer Körper strahlt diese liebende Energie aus. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe dich, so wie du bist. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich habe es für den Weg, geliebt zu werden. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch. Ich bin ein Geschenk. Liebe mich. All meine Stärken und Schwächen machen mich zu einem liebenswürdigen Menschen. All meine Stärken und Schwächen machen mich zu einem liebenswürdigen Menschen. Ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich bin ein liebenswürdiger Mensch. Liebe mich. Lass das Licht der Liebe aus deinem Herzen strahlen. Noch heller, noch stärker. Spüre überall in deinem Körper die tiefe Liebe zu dir selbst. In jeder Zelle, jeder Faser, auf jedem Zentimeter deiner Haut. Deine Augen und dein Herz strahlen pure Liebe aus. Wie verändert sich nun das Gesicht im Spiegel? Wie lächelt es? Wie strahlt es? Spürst du seine Dankbarkeit? Du hast es verdient, geliebt zu werden. Du hast es verdient, von dir selbst geliebt zu werden. Viele Menschen erleben dieses Gefühl, das du gerade hast, nur ganz selten in ihrem Leben. Viele Menschen suchen überall im Außen danach. Dabei ist es so einfach, es in sich zu fühlen und dadurch in die Welt zu bringen. Denk an all die Menschen, mit denen du heute Kontakt hattest. Deine Freunde, Familie. Denk an die, die du gut kennst und oft siehst. Genauso an die, die du nicht kennst und vielleicht nie wieder sehen wirst. Denk an all die Menschen, die dir heute begegnet sind. Begegnet draußen in der Welt oder über das Internet oder Telefon. Ganz egal. An die Menschen auf der Straße oder im Supermarkt wirst du dich nicht mehr bewusst erinnern. Das macht nichts. Tu einfach so, als ob du dich an sie alle erinnern könntest. Sieh diese Menschen vor dir und lass nun die Liebe aus deinem Herzen zu ihnen fließen. Zu ihnen allen. Jeder Einzelne bekommt von dir die Liebe. Jeder Einzelne. Gib ihnen diese Liebe, denen, die sie verdient haben. Und auch denjenigen, die sie nicht verdient haben. Denn die brauchen sie am meisten. Erfülle sie alle mit deiner Liebe. Und bemerke, wie deine Liebe der Welt ein Stück Heilung schenkt. Ich, ich, liebe mich. Fülle sie alle in ein weiß-goldenes Licht ein. Ich, liebe mich. Ich, liebe mich. Ich, liebe mich. So, wie ich bin. Während dein Herz bedingungslos Liebe an sie alle schickt, nimm dir heute einen Menschen heraus, der deine Liebe ganz besonders braucht. Wer auch immer das ist, dein Inneres wählt jetzt genau die richtige Person aus. Und nun schicke diesem Menschen eine extra Portion Liebe und umhülle ihn damit. Blicke auf diesen Menschen mit deinem Blick der Liebe und lächle die Person an. Vielleicht freut sich die Person darüber oder vielleicht weiß sie nicht, wie sie darauf reagieren soll, da sie es nicht gewohnt ist, Liebe einfach so zu bekommen. Das macht nichts. Die Liebe fließt einfach weiter und weiter, denn sie ist stark und heilt uns allen. Bemerkst du, wie mächtig du bist. Nur durch deine Liebe kannst du dich selbst und die Menschen um dich herum heilen. Du kannst stolz auf dich sein. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich liebe mich. Ich bin ein wertvoller Mensch. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich erfülle meine Welt mit meiner Liebe und verändere sie dadurch. Deine Liebe heilt dich und alles um dich herum. Das Leben ist leichter, fröhlicher und schöner jetzt. Mit jedem Atemzug kann deine Liebe mehr und mehr fließen. Jetzt und für alle Zeiten. Mit dieser Liebe im Herzen komme nun wieder zurück zu deinem wunderbaren Körper. Danke Körper, dass du es mir möglich machst, durch die Welt zu gehen. Nun lieber Körper, schlafe gut und erhole dich. Schlafe tief und fest. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Und ich schlafe tief und fest. Ich liebe mich. Ich liebe mich. So wie ich bin. Gute Nacht, mein Herz. Ich freue mich schon auf morgen. Ich liebe mich. Danke. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020